Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 20, neues Busy Footmasch Challenge für heute, am 20. müsste es ungefähr sein. Ich habe mich entschieden für fast nur Argentinien und Kolumbia und Chilen. Benitez 550, Lichnowski 300, Donati 650, G-Valley 700, Leiva 250, Palacios 700, Vazquez 800, Hernandez 300, Fuenzelita 600, Jaram Sturm 1-1, der war der teuerste, Izquerto 500. Damit kommst du auf Vereine mindestens 5, Spieler aus einem Verein maximal 2, Spieler aus derselben Liga maximal 6, Gold mindestens 5 Spieler, wir haben 8, Team Gesamtwertung mindestens 74, wir haben 77, Team Chemie 80, wir haben 81, also hau rein die Scheiße. Und hoffentlich mal was geiles drinnen. Was gibt es eigentlich für einen Pack? Ich habe noch gar nicht geguckt. Es gibt Prime-gemischte Spieler-Set, okay. Nicht das geilste Pack. Ich hätte gerne einen Mega-Pack gehabt. 12 Spieler, 6, selten. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze. Puh, hoffentlich ist mal was drinnen. Das war schon ganz schön hell. Okay. Marokko. Stürmer. Olympia Guspireos. Ne, Inform. El Arabi. El Arabi. Das war echt ganz schön hell eben. Ich war jetzt selbst überrascht, was das hier sein könnte. Und Bakamambu. Oh, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen was wert sein. 82er? Ne, leider nicht. Okay. Der wird 9,6 auf jeden Fall wert sein. 9,9 sogar. Okay, 45, 49. Startpreis, aktuelles Gebot. Warum bietet man so viel? Den gibt es ja auch hier für ganz billig. Aber das sind dann wahrscheinlich eher so die, die sich selbst das Zeug da abkaufen. Ich hasse so Leute. Ich hau einfach mal rein für den Preis. Hat sich gelohnt, ihr SBC? Heute Daumen hoch geben. Kanal abonnieren. Weil ich finde, wir haben Gewinn gemacht. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Neue SBC. Oder wir schauen nochmal rein, was es heute gibt. Ich weiß es ja schon. Wir schauen doch nochmal rein. Heute gibt es nämlich, wie gesagt, Foodmess. Sisoko. Aber der kostet 300.000. Das ist mir zu viel. Ich hätte ihn gerne. Ich hätte ihn gerne für mein späteres Franzosenteam. Ganz ehrlich. Aber nicht für 150.000 bis 300.000. Das ist mir zu viel. Die Laie könnte man machen. Was muss man da für einen Squad abgeben? Vielleicht einen Bronzesquad? 74, genau so. Was ist denn das? Team Schimit 60. Also hier haben sie jetzt wieder draufgehauen. Aber jeder wollte sich Sokko unbedingt haben. Akuna ist wieder bei Sporting. Ist wieder nichts für mich. Team of the Week. Zwei Spieler. Willst du mich verarschen für der Asuna? Das ist zu viel. Also heute wieder Kackspieler. Die letzten zwei Tage geile Spieler. Heute wieder Kackspieler. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Und ich versuche mich so ein bisschen in der Weekend Lead Spieler. Ich stehe im Moment 4 zu 4. Viel zu viel. Zwei Spiele habe ich im Sack gekriegt. Der Rest war okay.